Ich gehe heute einfach mitten in der Stadt rodeln. Und Lexi ist ja gerade zu Besuch. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Freundin habt, aber sie ist einfach so eine Tröndel-Tatte. Ich will einfach nur los. Und sie putzt noch gemütlich ihre Schuhe. Und vor allem klaut sie mir mein Vitamin Well Water. Ich trinke das einfach jeden Tag. Ich meine, den Punkt verstehe ich, ja. Aber wir müssen jetzt los. Ich bin einfach so gespannt, wie das sein wird. Ich will ja auch Lexi einfach die Stadt zeigen. Und weil ich es wirklich liebe, Schlitten zu fahren, dachte ich mir, ich probiere das jetzt mal aus. Und es war auch richtig funny. Bis dass ich fast rausgefallen bin, weil ich das Gleichgewicht verloren habe. Das kriegt eine 10 von 10. Und jetzt gibt es noch was zu fooden.